Jetzt kommen wir aber erstmal zum genauen Gegenteil. Er wird hier rauskommen wie das junge Leben. Er ist ein Medien-Allround-Talent. Er ist Autor für das Dschungelcamp, also für die Moderatoren, nicht für die Leute, die da drin sind. Er ist Buchautor, er ist TV-Moderator, er ist bald auch auf Tour mit diesem Buch. Er ist eigentlich alles. Seine erste Station, Podcaster und so weiter und natürlich Hand- und Nasenmodel, meine Damen und Herren. Hier ist unser lieber Freund, hier ist Micky Beisenherz. Und ich habe jetzt gedacht, ich bin hier eingeladen in meiner Funktion als Vorsitzender des Zentralrates der Internetperversen, um hier Stellung zu beziehen. Das ist ja auch ein Stück weit Betrug. Ja nun, ist das so. Du musst ja dein Geschäftsmodell vielleicht auch mal überdenken. Wie würdest du denn deinen Beruf beschreiben? Wie erklärst du da nochmal deinen Beruf? Ich sag dir immer, ich bin Schmuckdesigner, dann klingt das alles nicht so. Nein, tatsächlich, die weiß halt, ich bin Autor. Die verfolgt das alles ganz gut. Ja, aber die weiß schon, dass du nicht Hemingway bist, oder? Ja, der hat sich selbst erschossen, also es besteht eine Hoffnung. Ne, die weiß, dass ich ab und zu im Fernsehen bin. Du hast glaube ich heute tatsächlich die älteste Zuschauerin ever. Oma? Ja? Ist sie da heute? Wie heißt sie denn? Oma Lore. Oma Lore, hallo? Na, alles klar? 93 Jahre. Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Ich weiß nicht, was er sagt. Oma Lore, Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Oma Lore. Er ist noch nicht tot. Nein, ich bin ja nicht. Ich lebe noch. Du hast mich mit deinem Porsche zugeparkt, ich bräuchte mal bitte deinen Autoschlüssel. Ich und einen Porsche? Aber hast du deinen Autoschlüssel dabei? Nein, hab ich nicht. Ich hab den nicht dabei. Was willst du denn hier? Julian hat meinen Autoschlüssel, der ist da vorne. Okay, dann hol ich meinen da. Ich bin selten in einer Sendung gewesen, wo ich so schnell durch einen echten Star ersetzt wurde. Da sind Handgestoppte eine Minute dreißig. Was soll denn das? Mit was für einer Überheblichkeit der hier reinlatscht. Als würde sich jeder freuen, wenn er mit in der Sendung ist. Ey, die hat sogar Standing Ovations gekriegt. Andere Leute, die werden hier vom SEK rausgeholt, wenn die hier einfach so reinlatschen. Was will der denn hier? Das irritiert mich total, dass der hier rumläuft. Na gut, okay. Also bis später. So, kannst schon mal Badewasser einlassen. Komm, naja. Dieses Buch hier, da stehen tatsächlich verschiedenste Storys drin und so. Manchmal bewegen die richtig was. Da steht auch was übers Vapiano. Ja. Was war da? Vapiano, musst du kurz erklären, was das ist. Und was genau hast du da aufgeschrieben, was da passiert? Naja, Vapiano ist natürlich so ein seelenloser Nudelpuff, in dem die Leute stehen mit Tablett. Und wenn du... Darf man das sagen, ohne verklagt zu werden? Ich glaube, das geht. Ja, das geht noch. Ist ja Satire. Da muss man ja heutzutage... Ach, seelenloser Nudelpuff darf man sagen. Ist okay, weil man weiß, von wem es kommt. Ne, und das ist, wenn du mal richtig viel Geld hast und sonst gut essen gehst, aber sagst, ich will mich noch einmal fühlen, wie damals, als ich noch in so einem Betrieb in der Kantine essen war. Dann sagst du, dann gehe ich dahin, das ist besser als Ritzen. Und du hast danach natürlich auch noch einen vollen Bauch. Und ich habe vor drei Jahren oder vor vier Jahren habe ich das geschrieben, weil ich tatsächlich irgendwann mal von Berufs wegen dort war, also in so einer Mittagspause essen. Und ich habe mich einfach gewundert, warum man wirklich freiwillig sich irgendwo anstellt und dann musst du nochmal für eine Pizza hier stehen und dann stellst du dir nochmal für einen Salat nochmal woanders hin. Ich habe es einfach nicht verstanden und habe dann so einen kleinen Wutbürgertext darüber geschrieben. Und der war offensichtlich, wie sagt man so schön, er traf den Nerv der Gesellschaft. Und er wurde recht viel, das war so quasi meine erste Hit-Single als Autor. Mein Hossa. Ah, dein Fiesta Mexicana. Mein Fiesta Mexicana. Ja, und dann habe ich irgendwann, hat mir ein Bekannter erzählt, dass letztens einer der Besitzer von Vapiano, also es ist jetzt Hörensagen, sagte, hör mir auf Beisenherz, den Namen kann ich nicht mehr hören. Die Scheiße hat uns Millionen gekostet. Und da habe ich mich echt gefreut. Das ist toll. Das ist toll. Genau. Das ist toll. п